Herzlich Willkommen zur vierten Folge von The Walking Dead. Wow, ok. Auf Kurs. So, kann ich hier hoch? Nein. Als Geschichtslehrer, ja. Anscheinend hatten sie ja ein gutes Problem. Ah, was ist das? Oh, er kriegt ein Mantel. Ich werde ihnen Rebecca geben. Vielleicht kann ich es zu Rebecca geben. Das ist eine gute Idee. Ich bin sicher, dass sie wirklich gut erhält. Ich glaube, du hast den alten Kode, die dir. Ich fühle mich so schlecht. Über alles, was passiert. Ich hoffe, dass du mir immer so fühlst. Du gehörst jetzt zu uns. Ich weiß schon. Es scheint, dass du mit uns jetzt bist. Das ist, was die meisten wichtig ist. Clem hat eine Jacket gefunden. Das ist großartig. Aber, äh, 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 we can't put Rebecca in a Confederate coat. Als wäre es jetzt noch wichtig. Als wäre es jetzt wichtig. Jane hat gesagt, diese funktionieren nicht mehr. Nein. Sie sind nur für sie. Sie sind handelnd. Auch wirklich laut. Gute Punkt. Wird es voll cool finden. Mensch, äh, Clementine ist aber wieder freundlich. Sie will sich nur unterhalten. Hast du Glück? Nein. Nicht so viel. Sonst, wenn du ein kaltes Glas willst. Ketchup. Nee? Hm. Gut, ich gehe. Ich tränze mich da als Schwachter. Ich schaufe ihn! Ich schaufe ihn! Das hat er. Das nächste Mal vordrohen. Oh, Gewichtsschimmer in 2020, hm, 20 Kilo schafft sie es? Okay, doch nicht. Einigeber. Ich habe es schon mal vorgehoben. Es hat noch ein bisschen auf dem Boden festgeklebt, deswegen. Das sieht ziemlich schwer aus. Das ist alles gut. Ich weiß, es sieht so aus wie viel, aber wir können es alle durch das ziemlich schnell gehen. Wir werden einen Plan machen. Wir machen einen Plan. Jeder hat genug. Ich hoffe so. Das Baby wird schwer auf alle, besonders Rebecca. Und zwischen dir und mir, sie ist nicht zu gut. Hey, Leute! Komm schon, bleib dran. Das ist jetzt geil zu sagen. Ich bin einfach in den Platz, wie es ist. Ich finde, es wäre ein schönes Essen. Wir können einen Raccoon essen? Ich muss den Raccoon essen. Ich muss den Raccoon essen. Nicht wie... ich meine... Ich würde sagen, dass ich das Raccoon essen würde. Ich habe das Raccoon zu essen. Ich habe einen Raccoon. Der Raccoon ist eine lange Zeit mit Rebecca. Ja. Schau! Ich lasse nicht! Wo ist es? Ich bin bereit. Oh! Oh! Shit! Shoot! Dang it! Not with the walkers out there. Noch mehr essen. Ich bin noch mehr als ich vorher war. Wie komme ich in einen Ort, wo ich schweb bin? Ich bin nicht in der Raccoon. Na ja. Ansonsten war es ziemlich Spaß. Ja. Hm. Ich denke, es war. Komm schon. Wir kommen einfach zu Rebecca und den anderen. Wir haben noch viel Zeit für quilpatriert. Wir bekommen viel Zeit. Wir sind nicht viel Zeit. Machen wir. Ich kann viel Zeit nur das machen. Oh Gott. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Sk �an Levi. Machen wir. Möben. Machen. Machen. Machen wir. Oh, nein! Stop! Stop! Clem! Clementine! Scheiße! Walkers! Ich glaube, dass sie so nahe sind, ohne jemanden zu sehen. Was ist Luke? Kenny, wir müssen etwas machen. Du hast einfach das Baby sicher. Kenny? Wir können hier nicht bleiben. Clementine, wo ist der Ort du und Jane gefunden hast? Ich zeige dir. Gut, jemand helfen mir. Oh Gott, das ist so viele. Mike, helfe Kenny! Zerra, gehen Sie! Jesus! Clem, ich glaube nicht, dass er okay ist. Er verliert es. Ich meine, das... das ist nicht... Los geht's bitte! Es geht's gut. Es geht's gut. Es geht's gut. Kenny! Los geht's! Los geht's, Mann! Los geht's! It doesn't look good. Los geht's! Was ich so human wie ich fühle mich seit langem? Ich hatte fast wie ich... Clementine! Jesus! Clem, es ist nicht... Es ist... Was passiert? Well, uh... Ich meine... In hier. Ich werde dich wütend. Was die Böcke machen ihr hier? Kenny! Was passiert? Wir haben Gott weiß wie viele Walkers da, was du sollst, für was du ein Blick auf der! Hey, warte mal ein Sekunde. Sag mir, was macht. Was macht, ist, dass du ein Verständnis bist. Ich bin verständnis. Du weißt, du hast einen großen Nürfzeln, Kenny. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich hab... NOOOOOOH! Oh fuck! Ich bin sorry. Schade, gerade hier hinten! Ah, ah. Sie kommen über die Stücke! Hier. Wir sollten... Du willst helfen? Geht raus und schaub die Walker-Sommer. Ich mache das, ich habe hier schon vorher. Sie können uns nicht über die Stücke! Hmm, ich habe schon Hilfe. Denken kann ich helfen. Schau dir den Kopf rein. Du wirst es schaffen. Du kannst das machen. Wir haben jetzt zu viel gemacht. Okay, okay. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Gut, gut. Klimt, du musst raus und die anderen helfen. Ich habe das. Schau es! Sie sind nicht hier rausgekommen! Wir werden aus Abmacht gehen. Schau etwas, um diese Gaten zu blockieren! Hilfe! Wir können die Gaten zu blockieren. Hilfe, ich komme. Hilfe! Hilfe! Bereit? Das ist ein Mike-Gang-Platschen. Oh, shit! Holy fuck! What the fuck is going on out there? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Chara, hang on! Cack, fuck! Cack, hurry! I can't hold on! lamp? Come on! Help! Mmh... Sieht tot aus. Äh, was ist denn... Das lädt? Hallo? Ah, verdammt. Hier. Ich weiß. Aber ich wünsche dir, dass es anders wäre. Oh, scheiße. Was? Wir werden hier aufhören. F***! Das ist immer wieder? Wir müssen den resten des Däck. Sie ist richtig, die ganze Däck. Du bist so verrückt? Wie machen wir das? Ich weiß nicht, einfach schau dich an. Gehen wir jetzt. Das wird funktioniert. Wir busten das und das ganze Ding kommt runter. Bust mich. Eigentlich ist er auch noch zum Heben da. Sie werden näher. Clementine! Geh es! Ich gehe so schnell wie ich kann. Mach es! 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 Ich war mit mir! Was ist geschehen? Das sieht aus wie Alvins Baby. Er sieht nicht wie Carver aus. Das ist richtig. Du bist. Au moins, er sieht nicht wie Carver aus. Der Baby ist Alvins. Er ist schön. Ich bin gut, ich bin gut. Ich habe nur gedacht, ich konnte es warm sein. Clem, warum nicht ihr die Koffer haben? Entschuldigung. Über die Farbe? Du glaubst wirklich, dass ich das interessiert? Du willst ihn halten? Ja. Könnte ich? Natürlich. Deine Familie. Hier. Ich habe mir überlegt, zum Anfang hat sie mich gehasst, als sie beginnt des Spiels. Ja. 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 Oh shit. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've got to go. Go where? Just away, okay? You know, Jamie, Sarah. I'm not gonna stick around. What should happen to you two? You know the score. You're smart kid. But I thought you believed in me. I do. But give it enough time, and everyone's luck runs out. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. I'll make you feel like you do. Like it's all one happy family. What push comes to shove? I owe these people everything. They've kept me safe. Looked out for me. I wouldn't be here without them. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Thanks. Yeah. I, uh... I gotta go. Hey. Thought you'd be asleep by now. You okay? You okay? It's nothing, Luke. Don't worry about it. Okay. Just checking in with you. Temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. What? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Hey, keep it down.